servus und hallo zurück bei monobot ich hoffe einfach mal er hat meine savegames übernommen wäre sehr schade wenn er es nicht gemacht hätte und muss kurz schauen ob die aufnahme durch sorry immer nur noch ein bildschirm im moment ja aufnahme läuft sorry es ist ein chaos fortsetzen da steht fortsetzen ist schon mal gut ich spiele mit gamepad natürlich wieder aber glaube ich in der ersten folge schon gesagt wo war man hier was waren hier geboten kann hier was machen muss man die hier können umschieben ok da habe ich letztes mal mit gamepad gespielt oder nicht weiß es nicht mehr es wird mir aber sinnvoll erscheinen damit die laut macht ist auch hier rauf hier runter einmal rund um monobot ist es macht halt es ist nett es ist nett macht es sieht nicht aus optionen grafik einstellungen auflösung passt 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 ja das wird schon passen ja habe ich ihn jetzt so controller magnet arm modul irgendwelche module reagieren ok das habe ok wird schon passen irgendwie irgendwelche magnetarm module habe ja noch nicht macht das mal auf hier war das ja genau an der stelle wo ich nicht weiter kam weil ich ihn gecheckt habe dass man einfach da reinkriechen kann so sie ist mir nicht so und dann sind wir an der stelle wo es letztes mal nicht weitergehen doch super wenn ihr die savegames übernimmt schwerkraft 100 prozent kann ich da irgendwie agieren damit nein das war aber jetzt erstmal nichts wo ist der respawnpunkt hier na gut so 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 ja bisschen nervig gesetzt hast du hast mich nicht sehen geh weg ok ja springen ist halt minimal ne so ok dann schaukeln wir mal ein bisschen gehen das ist hier geboten war klar das kann ich kaputt machen was nicht so schlau war da sterben wir wieder ja tun wir gibt es ja nicht so aber jetzt geht es daher habe da hinten was kommen doch bestimmt drauf aus hier stehen wir zuerst mal ja könnte passen war wieder runter ja was habe ich hier nach aufzug ok so was passiert hier was passiert hier was passiert hier ja ok kommt man anderen arm sehr cool der magnet arm äh ok ich habe ein magnet arm weiß nicht was dem kann ich nicht mehr fahren ist ok da wie da habla und weiter story passt schon so so fahren wir darauf nur immer noch nicht so ganz verstanden was mir jetzt bringt aber ja aber magnetern ok und du ah ok Okay. So. Wehrkraft 100%, ja. Ist die Frage, komme ich da rüber? Ja. Ein bisschen hin und her schaukeln. Geht das schon? Nein. Ganze nochmal. Okay. Nee. So. Ich weiß nicht, was es da gibt, aber... Ich muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich da bin. Story. Okay. War jetzt nicht so... Und marschiert der Wächter hin und her. Ich habe aber keine Ahnung, wie lang da sie aufnehmen. Wir haben den Timer nicht eingeschalten. War jetzt nicht so zwingend schlau. So. Ja. Nach Gefühl halt so ein bisschen spielen. Keine Ahnung, wie lang die Folge dann wird. Ähm. Schauen wir einfach mal. Na ja. So richtig Bock auf das Spiel, ne? Kleines, schönes, gemütliches Spiel. Was bringt mir das? Ah. Prinzip verstanden. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, das Ganze nochmal. Wie komme ich da rauf? Ich glaube, das war schon generell nicht so verkehrt, oder? Ja, irgendwas muss ja da sein. Also da komme ich da rauf. Das war richtig. Hm. Hm, hm, hm. So. Wo kommst du da her? Ah, bleib hier. Bleib hier. So. Das schieben wir da her. Äh, erster Versuch super klappt, dann geht's nimmer. Hm. Okay. Wo ist der Trick hier? Okay. Okay. Verstanden. So. Oma haben eine Schachtel. Und die muss da rauf. Okay. 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 Ah, okay. Verstanden. Ja, komm. Schieb das Teil da rüber. Nee, war zu knapp wahrscheinlich. Nee. Nimm mal eine falsche Taste. Okay. Also der Magnetarm, das wird mein neues, ich wollte nachladen vom Rasten. Bei mir heißt es dann, ich wollte interagieren oder zielen. Ziehen. So. Okay, die Schachtel muss wohin? Hier komme ich nicht weiter. Dann da rauf wahrscheinlich. Hm. Hier kommen wir jetzt erst einmal nirgends hin. Was soll mir das bringen? Gingenden. Viel zu weit weg. Da. Okay. Hm. Hm. Muster rauf. Ach, da ist... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Aber das ist nicht aktiviert. Schon mal ungünstig. Das heißt, die Kiste muss da drauf. Ja, so. Quasi so. So. Ja, geht doch. Okay, dann haben wir das. Das ist hier Sache. Ah, es ist wieder so groß. Okay. Da, kletter da mal rauf. Und dann schaukelt man ein bisschen hin und her. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dauert. Na, hat gereicht. So. Da unten ist ein Wächterding. Okay. Wo fährst du hin? Arüber. Okay, es ist schon mal ungünstig. Wenn der da so... Ne? Ja. Ja. Okay, da sieht er mir nicht. Ah, ich mag nicht Dinger, die... Gehen nur begrenzte Zeit. Hm. Okay. Jetzt warte ich aber nur, bis der da... Da. Das ist spannend. Es ist wirklich spannend, wie... Es ist wirklich spannend, wie... Wie soll denn das gehen? Und tot. Spannend. Okay. Aktivieren. War zu früh. Boot. So. Jetzt fährt er rüber. Hoffe ich. Ja. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ja. Komm, fahr rüber. Tot. Es kurbeln, das ist halt ein Elend, ne? Mit dem Stick. Das ist wirklich ein Elend. Okay. Da. Ja. Kurbel. Kurbel jetzt. Ja. Jetzt hat er kurbelt. Okay. Tod. Vollkommen zerlegt. Das war gut. Das ist netter. Was steckt ihr in dem Rohr da drin? Okay. So, ich dachte mir, ich muss oben rum, aber muss ich gar nicht. Okay. So. Wo geht's jetzt hin? Okay. So, was habe ich hier? So, was ist hier los? Irgendwas mit Strom wieder. Ah, Minispielchen. Äh, es muss wahrscheinlich von hier nach hier so nicht. Okay, passt. Wie komme ich zurück? Es passt doch, oder? Es ist grün. Äh, irgendwas vergessen zu machen. Müssen die alle dann? Alle wieder wohl blöd. Müssen die alle? Alle? Wie soll ich die alle hinbekommen? Geht ja nicht. Hier. Hier. Der muss dann noch unten. Anders geht's nicht. Stopp. Der war falsch. So. 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 Und so. Ah, wir müssen tatsächlich alle. Okay. Haben wir. So. Schwerkraft. 30%. 30%. 30%. Okay. Oh. Er springt wesentlich höher jetzt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Das sehe ich jetzt dann gleich. Na gut, zur Stelle, dass meine Folge beendet. Keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt. Ist im Moment noch nicht regulär im Plan drin. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus.